Dieses tolle Draußen sagt mir momentan nichts, denn da ist die Welt und man muss sich zu ihr verhalten. Welche Randgruppe, zum Beispiel, äh, 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 Frauen, könnte sich durch welchen heteronormativen Sprachgebrauch missachtet sehen? Moment, ich muss mich übergeben. Verdammt, warum lässt sie denn nichts machen? Das kann man doch verdammt nochmal in eine Ordnung bringen. Die Wahrheit steht da draußen. Bedient die Fernsteuerung von Spionagedrohnen, an denen Pimmel hängen und schlägt zusammen, was nicht dem Weltbild entspricht. Mutter, ja, natürlich habe ich mir heute schon Gedanken über meine Zukunft gemacht. Mutter. Wir alle träumen von etwas Herausragendem. Wir glauben, dann würden wir überleben. Grenzenlos und unendlich wollen wir sein. Und sind doch nur wer, der besoffen ist und mit jemandem nach Hause geht, der auch nur besoffen ist und mit jemandem nach Hause geht. Prost! Es gibt Schlimmeres! I'm happy. I'm feeling glad. I got sunshine. In my back. I got useless. But not feel on my future.